Wenn ich mal keine Lust mehr habe, weiterzubauen, mache ich einfach hier mit der Zerstörung weiter, damit ich das Material von hier dann verarbeiten kann. Habe ich genug Platz? Eventuell nicht für alle Dungeon Bricks, weil da werden eine Menge anfallen. Bestimmt, lass mal gucken, wie groß war der Tempel. Oh Gott, eventuell um einiges doch mehr. Um einiges mehr wahrscheinlich als vor Blizzard Tempel. Uh, die muss ich dann auch irgendwie unterkriegen. Aber gut. Was wollte ich jetzt noch machen? Ah, ja, genau. Das ist die Frage. Mache ich hier spezielle Ziegel drunter? Weil das habe ich hier an den Oberweltdingern teilweise nicht schön gemacht. Nur Unterwels. Ich belasse es mal bei den Oberwelt erstmal so. Nehmen wir mal die da mit. Sand. Dann brauche ich Sand. Dann brauche ich Sand. Schon mal so ein bisschen ordentlich Sand. Und... Ah ja, und die letzten beiden Eicheln hier. Ha. So. Die kann ich doch hier reinpacken. So. Dann werde ich jetzt nämlich was hier nebendran platzieren. Ach Gott, oh Gott. Und schon werde ich wieder beschossen. Oh. Äh, was bleibt mir hier? Seid ihr mir bis dahin gefolgt? Seid ihr verrückt? Ja, ich lege hier noch eine Wüste an. Aber nur eine kleine. Keine Sorge. Das wird eine besondere Wüste. Äh, ich glaube ich muss aber trotzdem noch... Ja, ich muss ein bisschen mehr Rand geben, eventuell. Um sicher zu gehen. Oh, kein Sand mehr. So. Das sollte aber reichen als Rand. Schütz mich vor dem Videoherz, bitte. Öze. Bisschen Sand. Hier kommt nachher natürlich auch wieder Wasser rein. Licht auf mich da auffallen lassen, den Sand. Nach Möglichkeit. Das war einer zu hoch. So. Vielleicht ist er sogar schon ein bisschen zu viel. Naja, mal schauen. Egal. Wen die seinen Zweck erfüllt, ist es gut. Äh, ich fürchte, ich hab da etwas zu hoch gemacht. Wenn ich da lang fahre, komm ich nicht mehr... Ne, es ist zu niedrig. Wieso rum? Ne, Moment. Moment. Ich brauch den Wasserspiegel, um das abzuschätzen. Moment. Ja, wir packen was in die Wüste. Und ich hoffe, es funktioniert, was ich da vorhabe. Und ich hab'ne ihn hier. Ja. Okay. withора. Ein Stückchen noch. Ah, ich sehe aber, wo mein Fehler war. Jetzt sehe ich es. Okay. Hier. Da wächst ein Kaktus. Das ist gut. So, bis dahin. Ja, aber jetzt passt es. Jetzt brauche ich meinen Hammer. Das stelle ich gerade mal so fest, weil hier ist Hintergrundwand. Oder war das, nee, war das Palm nicht sogar egal? Ich glaube, Palm war es sogar egal. Ich glaube, bei der Kaktus da steht den Weg. Jetzt dauert das einen Moment. Ich hoffe, da gibt es nicht sowas wie zu groß. Ja. es wächst grünzeug dass kein kaktus ist die palmen entwickeln sich nicht eventuell passt den was noch nicht vielleicht doch den hintergrund freimachen nein kein kaktus ja ich glaube ich muss dennoch licht machen ich dachte ich hätte da was von der ausnahme gelesen aber wohl doch nicht ich brauche meinen hammer falsche kiste du hast mich durch nein kann ich den schnee nicht weg machen die ersatzblut Oh, welcher Knopf war das noch? Ah, ich kann den nicht wegmachen. Ah, verdammt. Mit meiner Oase wird es leider nur zum Teil was. Es wächst Grünzeug, aber keine Palmen. Aber weil das kein Kaktus ist, zählt es trotzdem. Ne, Kakteen sind die Ausnahme, genau. Hier soll eine Oase entstehen. Ein Grünzeug ist ja gewachsen. Der Rest wird noch folgen, hoffe ich. Etwas, das nicht ein Kaktus ist, wenn es geht. Ich lasse es mal ein bisschen ruhen. Wir lassen es einfach ein bisschen ruhen und schauen uns das einfach bei einer anderen Gelegenheit nochmal an. Dann kriegst du das hier. Das brauche ich auch nicht. Davon habe ich auch genug. Was ist das? Ach ja, der Mami-Banner. Zombie habe ich auch genug. Spinnzähne. Muss ich gucken. Den Dark Mami-Banner durfte ich noch nicht haben, weil ich das erste Mal 50 Stück besiegt habe. So. Wäre das zumindest doch ein Banner endlich mal wieder. So, dann kommst du wieder da hin. Hallo, Eule. Oh, dir auch. Zack. Kann ich noch ablegen. So viel Feinschliff auch noch zu machen. Hier drüben zum Beispiel. Das ist aber dieselbe Höhe. Na, aber da ist es halt Dreck. Hier ist es Schneehintergrund. Das könnte eventuell das Problem sein. Ne, ich gucke noch mal nach. Müssen unbedingt da die Palmen wachsen. Ja, ich glaube aber schon. Ja, sie sagen schon, dass da natürlich auch Palmen wachsen. Aber die Stelle da ist jetzt halt doof mit dem Schnee. Aber das Angeln ist im Prinzip dasselbe, als wenn es keine Oase wäre. Also ist es völlig egal. Da ist allerdings auch so ein Busch gewachsen. Und nicht nur Kaktus. Sonst in der Wüste wächst ja eigentlich nur Kaktus. Na ja, gut. Es wächst grün Zeug. Dass es kein Kaktus ist. Also passt. Jetzt checke ich das aber da drüben nochmal. Aber da wächst immer eigentlich nur Kaktus. Da rein Wüste. Ja gut, nicht ganz. Was ist das? Waterleaf? Ja. Weil dieses kleine Büschlein, das... Ah, warte mal. Die Kakteen sahen auch anders aus. Es funktioniert als Oase auch ohne Palmen. Haben wir halt nicht kühlen Palmen-Schatten. Aber es funktioniert. Und solche Dinger sollen da auch wachsen. Zumindest seht ihr in dem Bild. Das im Wiki ist dabei. Ich checke noch einmal. Nachdem es jetzt etwas Zeit hatte. Ah ja. Und ich habe eigentlich auch immer noch... Ähm... ...einen Hauf Crates abzuholen. ...die mir einige beim Angel-Stream dagelassen haben. Falls ihr zuhört. Vielen Dank nochmal. Er ist ein anderer Kaktus. Das heißt, es zählt. Es könnte natürlich noch ein bisschen mehr wachsen. Aber vielleicht braucht es dafür ein bisschen Zeit. Oh. Der Fisch ist aber anders. Das war kein Goldfisch. Der ist ja süß. Der ist neu. Anderer Fisch ist ja auch noch. Finde ich ja cool. Was ich mit dem Stück jetzt auch anfangen soll, weiß ich auch nicht. Einfach nur Erde und Grün. Dungeon habe ich noch geplant. Und Oberwelt, Marmor und Granit gibt es nicht. Die sind immer unter der Erde. Ecke an der Menge. Davon kann ich, wenn ich will, machen... Warum nicht? Ziehe ich hier einfach noch ein Stück weiter den grünen Dungeon. Und werde einfach nur Blöcke los. Eventuell. Sonst viel machen kann ich da nicht. Klingt eigentlich nach einer Idee, ja. Werde ich einfach von meinem... ...karteneigenen Dungeon hier noch mehr... ...ziegel hier los. Und mache einfach nochmal so einen Block in die Richtung. Und setze dann daneben dran die in den anderen zwei Farben. Musik. Da ich den so fangen konnte, vielleicht kann ich den auch in einer Quarion sitzen. Ich frage mal den Guide. Wo hängt er denn gerade rum? Da ist er ja. Hello. Jeffrey heißt er gerade. Ja, man kann ihn tatsächlich auch in ein... ...Goldfischglas tun. Der Haustierraum, der ist auch noch in Planung. Ich glaube, wir müssen mal einen Stream... ...fertig in Ausstattung des Turms gestalten. Hätten die ganzen Banne alle da sind und so. Und der Vegetierer habe ich auch mittlerweile. Eigentlich wollte ich die... ...aber eigentlich auf eine Wolke setzen. Jetzt will ich aber irgendwie die Wolken doch nicht kaputt machen. Zumindest die eine zum Angeln da sollte ich nicht kaputt machen. Weil ich keine Lust habe, eine neue Wolke anzulegen. Oder ich model die hier oben. Nutze, was schon da ist. Sonst muss man immer so weit zum Angeln. So, irgendwie doof. Auf deiner Seite zum Schnee angeln muss man sowieso dahinter. Ich könnte die Wolke aber noch ein bisschen ausbischen. Hoppala. Das ist der Angeln klappt, wissen wir ja. Haben wir ja schon mal gemacht. So. Oh, Marienkäfer. Nein, nicht mit Marienkäfern angeln. Das, äh, senkt Lack. Ist zufällig noch irgendein grünes Tierchen hier? Ne, schade. Bäumchen da bräuchte Platz zum Wachsen. Kann ich eigentlich mal noch ein bisschen, na? Für Holz Nachschub sorgen. Ein paar Plattformen brauche ich ja doch auch immer noch. Vor allem auf der anderen Seite. Ich hab schon mal einen Käfer. Schade, dass das mit den Palmen nicht geklappt hat. Na gut, dann machen wir Feierabend. Mir fällt jetzt sonst nichts ein. Nee, für die anderen Biome, die ich noch im Kopf habe, brauche ich noch etwas Vorbereitung. Vor allem noch weiter Zerstörung. Material. Was hundertprozentig eh auf der Karte vorhanden ist. Lass ich mir das nicht von der, von dem Builders Workshop da, von der Builders Map holen muss. Da muss die Zerstörung weitergehen. Na gut, dann machen wir für heute Feierabend. Wo ist denn? Ah ja, hier. Und jetzt mal eineså Paare. Dann können wir schon mal in den Laden somehow. Untertitelung des ZDF, 2020